Eine Moderatorin diskutiert mit zwei jungen Leuten, Iris Berger und Kai Weser, über Workcamps. Wir müssen persönliche Erfahrungen hören. Zu Gast in unserem Studio sind deshalb Iris Berger und Kai Weser. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag. Workcamps erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Deshalb wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Was versteht man aber unter einem Workcamp, fragen sich vielleicht nun einige Zuhörer. Nun, man verbringt ein paar Wochen in einem Camp und arbeitet an einem Projekt, allerdings ohne Bezahlung. Es handelt sich also um eine Art freiwilligen Arbeit. Und die Auswahl ist alles andere als gering. Es gibt eine Menge Projekte auf der ganzen Welt. Iris und Kai waren diesen Sommer in einem Workcamp und sie haben viel Interessantes zu berichten. Aber alles der Reihe nach. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen und uns sagen, wo ihr wart? Also ich bin Iris Berger, bin 17 und noch Schülerin. Im August war ich in Griechenland. Und ich heiße Kai Weser, bin 18 und habe vor einigen Monaten mein Abitur gemacht. Äh, ich war in Ecuador auf den Galapagos-Inseln. Sehr interessant. Auf der einen Seite Südeuropa und auf der anderen Lateinamerika. Iris, warum hast du dich für Griechenland entschieden? So weit weg wie Kai durfte ich sowieso nicht. Meine Eltern finden, ich bin noch zu jung für eine so lange Reise. Aber Griechenland war in meinen Augen kein Kompromiss. Das Land ist ein Strandparadies, aber nicht nur das. Herrliches Wetter, großes Freizeitangebot, antike Städten und viele Sehenswürdigkeiten machen das Land sehr attraktiv. Und du, Kai, aus welchem Grund hast du dich für die Galapagos-Inseln entschieden? Hm, es gab mehrere Gründe. Zunächst einmal habe ich vor, Biologie zu studieren. Deshalb wollte ich unbedingt mal die Inseln besuchen, wo Darwin den Schlüssel zur Evolutionstheorie fand. Die Inseln sind trotz des Tourismus immer noch ein Naturparadies. Dann gibt es dort Projekte im Bereich Umwelt und Tierschutz, die mich interessierten. Tja, und nicht zuletzt wollte ich meine Spanischkenntnisse verbessern. Die Begeisterung für die Länder ist bei euch beiden offensichtlich. Iris, was machte für dich das Workcamp attraktiv? Also ich meine, warum wolltest du hin? Ein Workcamp kombiniert in meinen Augen viele Vorteile. Man kann nicht nur ins Ausland fahren, sondern auch sinnvoll seine Ferien verbringen. Und dabei lernt man jede Menge Leute kennen. Das fand ich eine tolle Gelegenheit. Freiwilligen Arbeit in einem Lebenslauf macht immer einen guten Eindruck. Spielte das eine Rolle bei eurer Entscheidung? Einen guten Eindruck? Na, das sehe ich aber nicht so. Dann dürfte es ja kaum noch arbeitslose junge Leute geben. Aha. Und wie ist das bei dir, Kai? An meinen Lebenslauf hatte ich gar nicht gedacht. Die Arbeitssuche ist im Moment noch kein Thema für mich. Kommen wir nun zu den Projekten und eurer Arbeit. Was habt ihr genau gemacht? Ich habe bei einem tollen Projekt mitgearbeitet. Das war in Mavrovuni auf den Peloponnes. Da habe ich den Naturschützern bei ihrer Arbeit im Schutzgebiet der Karetta-Schildkröten geholfen. Ich hatte die Gelegenheit, einer Schildkröte beim Eierlegen und Babyschildkröten bei ihrem Marsch ins Wasser zuzusehen. Das waren einmalige Erlebnisse. Die werde ich nie vergessen. Und Öffentlichkeitsarbeit gehörte auch zu meinen Aufgaben. Und was genau hast du im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gemacht? Ich versuchte durch persönliche Kontakte und über Flyer, Helfer und Sponsoren zu werben. Aha. Und du, Kai, was für Aufgaben hattest du? Auf der Insel San Cristobal befindet sich eine Umweltstation und da habe ich mitgeholfen. Ziel ist die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und die Erhaltung von Fauna und Flora. Anfangs habe ich nur beim Pflanzen mitgemacht. Mit der Zeit fühlte ich mich sicherer im Gebrauch der spanischen Sprache und so habe ich bei der Aufklärung geholfen. Wissen Sie, es ist besonders wichtig, die Bevölkerung über den Umweltschutz aufzuklären. Man kann sich von Projekten keinen Erfolg versprechen, wenn die Leute nicht über die Probleme und die möglichen Lösungen Bescheid wissen. Klar, das klingt hier alles so positiv. Gab es keine Probleme, keine Schwierigkeiten? Hm. Doch, schon. Aber das hatte nichts mit meiner Tätigkeit in Griechenland zu tun. Ich hatte schon am zweiten Tag einen Sonnenbrand bekommen, weil ich nicht genug von der Sonne haben konnte. Und bei meiner weißen Haut? Naja. Kai, du wolltest auch was sagen? Für jemanden aus Deutschland ist ein Land wie Ecuador eine andere Welt. Ja, wie soll ich es sagen, ein Kulturschock. Vieles, was für einen Europäer eine Selbstverständlichkeit ist, gibt es da nicht. Zum Beispiel das Recht auf ein Zuhause, auf medizinische Versorgung, auf Bildung und vieles mehr. Deshalb muss man sich gut anpassen können. Ja, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man flexibel ist. Also würdet ihr Workcamps weiterempfehlen? Ja, natürlich. Und du, Iris? Auf jeden Fall. Das ist eine Chance, neue Kulturen und Lebensstile kennenzulernen. Und ganz sicher ein tolles Gefühl zu einem guten Zweck beigetragen zu haben. Auch die eigenen Fähigkeiten und Grenzen kann man dabei entdecken. Ich finde die Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen und gemeinsam mit anderen jungen Leuten aus der ganzen Welt für bestimmte Ziele zu arbeiten, und zwar freiwillig einfach großartig. Vielen Dank, Iris und Kai, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ich wünsche euch weiterhin tolle Erlebnisse. Eine Moderatorin diskutiert mit zwei jungen Leuten, Iris Berger und Kai Weser, über Workcamps. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder You on Air mit einem wie immer interessanten Thema. Also, in unserer heutigen Sendung geht es um Workcamps. Und wir wollen dazu auch persönliche Erfahrungen hören. Zu Gast in unserem Studio sind deshalb Iris Berger und Kai Weser. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag. Workcamps erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Deshalb wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Was versteht man aber unter einem Workcamp? Fragen sich vielleicht nun einige Zuhörer. Nun, man verbringt ein paar Wochen in einem Camp und arbeitet an einem Projekt, allerdings ohne Bezahlung. Es handelt sich also um eine Art freiwilligen Arbeit. Und die Auswahl ist alles andere als gering. Es gibt eine Menge Projekte auf der ganzen Welt. Iris und Kai waren diesen Sommer in einem Workcamp und sie haben viel Interessantes zu berichten. Aber alles der Reihe nach. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen und uns sagen, wo ihr wart? Also, ich bin Iris Berger, bin 17 und noch Schülerin. Im August war ich in Griechenland. Und ich heiße Kai Weser, bin 18 und habe vor einigen Monaten mein Abitur gemacht. Äh, ich war in Ecuador auf den Galapagos-Inseln. Sehr interessant. Auf der einen Seite Südeuropa und auf der anderen Lateinamerika. Iris, warum hast du dich für Griechenland entschieden? So weit weg wie Kai durfte ich sowieso nicht. Meine Eltern finden, ich bin noch zu jung für eine so lange Reise. Aber Griechenland war in meinen Augen kein Kompromiss. Das Land ist ein Strandparadies, aber nicht nur das. Herrliches Wetter, großes Freizeitangebot, antike Städten und viele Sehenswürdigkeiten machen das Land sehr attraktiv. Und du, Kai, aus welchem Grund hast du dich für die Galapagos-Inseln entschieden? Hm, es gab mehrere Gründe. Zunächst einmal habe ich vor, Biologie zu studieren. Deshalb wollte ich unbedingt mal die Inseln besuchen, wo Darwin den Schlüssel zur Evolutionstheorie fand. Die Inseln sind trotz des Tourismus immer noch ein Naturparadies. Dann gibt es dort Projekte im Bereich Umwelt und Tierschutz, die mich interessierten. Tja, und nicht zuletzt wollte ich meine Spanischkenntnisse verbessern. Die Begeisterung für die Länder ist bei euch beiden offensichtlich. Iris, was machte für dich das Workcamp attraktiv? Also ich meine, warum wolltest du hin? Ein Workcamp kombiniert in meinen Augen viele Vorteile. Man kann nicht nur ins Ausland fahren, sondern auch sinnvoll seine Ferien verbringen. Und dabei lernt man jede Menge Leute kennen. Das fand ich eine tolle Gelegenheit. Freiwilligen Arbeit in einem Lebenslauf macht immer einen guten Eindruck. Spielte das eine Rolle bei eurer Entscheidung? Einen guten Eindruck? Na, das sehe ich aber nicht so. Dann dürfte es ja kaum noch arbeitslose junge Leute geben. Aha. Und wie ist das bei dir, Kai? An meinen Lebenslauf hatte ich gar nicht gedacht. Die Arbeitssuche ist im Moment noch kein Thema für mich. Kommen wir nun zu den Projekten und eurer Arbeit. Was habt ihr genau gemacht? Ich habe bei einem tollen Projekt mitgearbeitet. Das war in Mavro-Wuni auf den Peloponnes. Da habe ich den Naturschützern bei ihrer Arbeit im Schutzgebiet der Karetta-Schildkröten geholfen. Ich hatte die Gelegenheit, einer Schildkröte beim Eierlegen und Babyschildkröten bei ihrem Marsch ins Wasser zuzusehen. Das waren einmalige Erlebnisse. Die werde ich nie vergessen. Und Öffentlichkeitsarbeit gehörte auch zu meinen Aufgaben. Und was genau hast du im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gemacht? Ich versuchte durch persönliche Kontakte und über Flyer, Helfer und Sponsoren zu werben. Aha. Und du, Kai, was für Aufgaben hattest du? Auf der Insel San Cristobal befindet sich eine Umweltstation und da habe ich mitgeholfen. Ziel ist die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und die Erhaltung von Fauna und Flora. Anfangs habe ich nur beim Pflanzen mitgemacht. Mit der Zeit fühlte ich mich sicherer im Gebrauch der spanischen Sprache und so habe ich bei der Aufklärung geholfen. Wissen Sie, es ist besonders wichtig, die Bevölkerung über den Umweltschutz aufzuklären. Man kann sich von Projekten keinen Erfolg versprechen, wenn die Leute nicht über die Probleme und die möglichen Lösungen Bescheid wissen. Klar, das klingt hier alles so positiv. Gab es keine Probleme, keine Schwierigkeiten? Hm. Doch schon. Aber das hatte nichts mit meiner Tätigkeit in Griechenland zu tun. Ich hatte schon am zweiten Tag einen Sonnenbrand bekommen, weil ich nicht genug von der Sonne haben konnte. Und bei meiner weißen Haut? Naja. Kai, du wolltest auch was sagen? Für jemanden aus Deutschland ist ein Land wie Ecuador eine andere Welt. Ja, wie soll ich es sagen, ein Kulturschock. Vieles, was für einen Europäer eine Selbstverständlichkeit ist, gibt es da nicht. Zum Beispiel das Recht auf ein Zuhause, auf medizinische Versorgung, auf Bildung und vieles mehr. Deshalb muss man sich gut anpassen können. Ja, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man flexibel ist. Also würdet ihr Workcamps weiterempfehlen? Ja, natürlich. Und du, Iris? Auf jeden Fall. Das ist eine Chance, neue Kulturen und Lebensstile kennenzulernen. Und ganz sicher ein tolles Gefühl zu einem guten Zweck beigetragen zu haben. Auch die eigenen Fähigkeiten und Grenzen kann man dabei entdecken. Ich finde die Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen und gemeinsam mit anderen jungen Leuten aus der ganzen Welt für bestimmte Ziele zu arbeiten, und zwar freiwillig, einfach großartig. Vielen Dank, Iris und Kai, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ich wünsche euch weiterhin tolle Erlebnisse. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020